Ein Gewächshaus voll schöner, vitaler und gleichformiger Pflanzen. Das ist das Ergebnis der Produktion auf einem Erfhutflur. Diese Kulturfläche ist Grundlage perfekter Kulturbedingungen, bei der sämtliche Pflanzen gleich viel Wasser bekommen. Das Ergebnis ist eine gesunde Pflanze mit ausgezeichneter Durchwurzelung und ausgesprochenen homogenem Wuchs. Gleichmäßiger Wuchs in Kombination mit breit gefächerten Automatisierungsoptionen ermöglichen auf dem Erfhutflur rasche sowie effiziente Erntefolge und führen zu substanziellen Einsparungen beim Arbeitsaufwand. Pflanzenabstände und Topfgrößen spielen keine Rolle. Das ermöglicht die maximale Auslastung des Kulturbodens und bewirkt gleichzeitig eine spürbare Steigerung des Ertrags pro Quadratmeter Produktionsfläche. Der Erfhutflur bildet gewissermaßen die Grundlage eines auf den Erzeuger und seiner Pflanze zugeschnittenen Kulturkonzepts. Während der Orientierungsphase erfasst Erfhut ihr komplettes Anforderungsprofil und analysiert die örtlichen Gegebenheiten. Erfhut arbeitet mit Fachleuten. Sämtliche Elemente des Erfhutflur wurden gründlich getestet und genügen höchsten Anforderungen. Das Ergebnis ist ein Kulturboden, auf dem über Jahre mit viel Freude gearbeitet werden kann. Grundvoraussetzung eines perfekt funktionierenden Kulturbodens ist ein stabiler und gleichmäßig verdichteter Untergrund. Erfhut übernimmt auf Wunsch die gesamte Erdarbeiten. Dank der jahrelangen Erfahrung ist das die Gewähr einer Endverarbeitung höchster Güte. Ausgangspunkt der Bodenstruktur ist eine den Untergrund abdeckende Folie, die verhindert, dass die Kultur durch Feuchtigkeit und Kälte beeinflusst wird. Ein speziell entwickeltes Rohr stellt sowohl die bestmögliche Verteilung als auch die Ableitung des Wassers sicher. Pflanzen entwickeln auf dem Erfhutflur nämlich ein größeres und kräftiges Wurzelvolumen. Das wiederum bewirkt eine schnellere Aufnahme von Nitraten und Nahrung. Das Ergebnis ist eine durchaus robuste und widerstandsfähige Pflanze mit einer erheblich längeren Lebensdauer. Bei der Auslegung des Erfhutflur verwenden wir lokale Steinsorten wie Lava, Granit oder Ziegelgruß. Diese Materialien wurden zuvor hinsichtlich Form, Wasserdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit und Auslagung gründlich untersucht. In einem Gartenbaubetrieb zählt die Bewässerung zu den mit Abstand kritischsten Betriebsprozessen. Die täglich garantiert störungsfreie Bewässerung ist eine absolute Muss. Aus diesem Grund hat Erfhut in Eigenregie ein vollkommen neues, mechanisch arbeitendes Ventil entwickelt. Störungen in der Elektrik gehören damit definitiv der Vergangenheit an. Die Installierung des kompletten Bewässerungssystems durch Erfhut bewirkt vor allem eines, maximale Betriebssicherheit. Die vertikale Entwässerung und die Nutzung eines Antikondenstuchs gestatten die optimale Steuerung des topfnahen Klimas. Eine Bodenheizung ist natürlich auch möglich. Doch lässt sich der Kulturboden bei hohen Außentemperaturen auch durch Umpumpen des Wassers kühlen. Das geschlossene System erlaubt die Wiederverwendung von Wasser und Dünger. Das sorgt für erhebliche Einsparungen auch bei den Energiekosten. Der Boden übt nämlich positiven Einfluss auf die Beherrschung der gesamten Luftfeuchtigkeit aus. Der Erfhutflur ammoniert auch in Verbindung mit zahlreichen Formen der Mechanisierung. Natürlich gibt es den Boden auch in einer befahrbaren Variante. Gleichzeitig eignet er sich auch sehr für Förderbandsysteme. Forschung und Innovationsorientierung sind für Erfhut Schlüsselbegriffe. Im Interesse der weiteren Perfektionierung der Kulturbedingungen des Erfhutflur pflegt das Unternehmen eine intensive Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum der Landwirtschaftlichen Universität Warningen. Betrieb und Belegschaft haben ihre Wurzeln im Gartenbau und kennen das Anforderungsprofil von Erzeugern daher wie ihre Westentasche. Erfhut operiert im niederländischen und internationalen Gartenbau. In allen Teilen der Welt wird mit Kulturflächen von Erfhut produziert. Natürlich optimal abgestimmt auf die lokalen Gegebenheiten. Die Entscheidung für einen Erfhutflur stellt für höchsten Ertrag.